Zugang zu Wasser ist von der UN zum Menschenrecht erklärt worden. In Deutschland gehört Wasser zumeist den Städten und Gemeinden, also uns allen. Noch. Doch das könnte sich schon bald ändern. Die EU-Kommission holt jetzt zum großen Schlag aus. Der neue Richtlinienvorschlag für Konzessionsvergabe versteckt geschickt die Forderung, dass im Bereich der Wasserversorgung eine Marktöffnung erfolgen müsse. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Ja, warum brauchen wir dann die Richtlinie? Weil wir Regeln brauchen. Jede deutsche Kommune wird weiterhin über ihr Wasser entscheiden können. Jetzt aber geben wir die Möglichkeit, das Wasser auch einem privaten Partner anzuvertrauen. Jetzt wird auch das geregelt, zum Wohl des Verbrauchers. Für private Investoren ist Wasser ein Gut wie Strom oder Gold. Denn Wasser ist Spekulationsobjekt. Wasser ist ein Wirtschaftsgut. Auf eine dreistellige Milliardenhöhe schätzen Analysten den Wassermarkt in der EU. Die Versprechungen, die immer mit Wasserprivatisierungen einhergehen, besserer Service, sinkende Preise, werden so gut wie nie eingehalten. Ganz im Gegenteil. Es gibt eher die Tendenz zu steigenden Preisen. Und die versprochenen Investitionen ins Wassernetz werden so gut wie nie Realität. Wasser, ein Menschenrecht oder Wasser, ein Milliardengeschäft? Brüssel hat bereits entschieden. Wasser soll in Zukunft mehr den Konzernen gehören und weniger uns allen. Was für eine Ursache ist? Untertitelung des ZDF, 2020